Grüß Gott und herzlich willkommen in unserer vorweihnachtlichen Gärtnerei in Affnang. Bei uns wird bereits auf Hochtouren an wundervollen Adventskränzen, Tischschmuck, Kerzengestecken und Tierdekorationen gearbeitet. Mit viel Liebe wird aus einem Bündel Reisig von unseren oberösterreichischen Christbaumhändlern ein zauberhaftes Kunstwerk. Ob mit Glitzer, Kugeln, Sternchen oder dergleichen geschmückt oder ganz natürlich mit Zimt, Orangenscheiben, Ästen und Hauswurz dekoriert, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Adventszeit ist auch Bastel- und Dekozeit. Sie finden eine große Auswahl an Dekomaterial, Kerzen, Bändern und vieles mehr in unserem Bastelmarkt. Damit Sie lange Freude an Ihrem weihnachtlichen Gestecken haben, empfehle ich Ihnen, diese ab und an mit Wasser zu besprühen oder einfach über Nacht geschützt ins Freie zu stellen. Weihnachtssterne aus unserer eigenen Produktion leuchten in den Farben Creme Rosa und der traditionellen Weihnachtsfarbe Rot. Ein wahres Sternenmeer erwartet Sie hier bei uns. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine wunderschöne Weihnachtszeit. Eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Eine Zeit, in der wir gerne für Sie da sind.